Alfred, bist du bereit? Ja. Dann legen wir los. Das ist Herr Bülkow hin zu Meidons Meinung, liebe Zuschauer. Heute wollen wir zu Beginn mal klären, ob es das jetzt mit der Korrektur am Gesamtmarkt schon wieder war oder nicht. Wir haben ein bisschen unsichere Zeiten zuletzt gehabt. Wir haben in der letzten Woche gegen Ende der Woche ja gesehen, dass gerade die Tech-Werte stark unter Druck waren. Gestern haben wir jetzt, gut, bei DAX und Co. einen Allzeithoch wieder gesehen. Trotzdem, die Sektorenverschiebungen, die wir schon gesprochen haben, die gibt es weiterhin, die besteht weiterhin. Ja, das ist ja offensichtlich. Also gestern war wirklich ein extremer Tag. Der Dow Jones kräftig im Plus und der Nasdaq gleichzeitig kräftig im Minus. Auch im Dow Jones gab es da unterschiedliche Bewegungen. Sehen wir gleich noch. Disney sechs Prozent im Plus, Apple vier Prozent im Minus. Also das ist schon extrem. Sowas habe ich lange nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das anhält. Also dass weiterhin jetzt die Tech-Werte noch weiter fallen und dass die Old Economy, Old School-Werte, würde ich jetzt nicht sagen, dass die noch weiter steigen. Ich glaube, es wird unterm Strich dann alles nach oben gehen. Denn die Korrektur im Technologiebereich, die war überfällig. Sie ist doch recht kräftig ausgefallen. Wir hatten am Freitag sogar zeitweise so ein bisschen wirklich Panik am Markt, was eigentlich immer ganz gut ist, weil das immer darauf hindeutet, dass das Ende einer Korrekturbewegung erreicht ist. Jetzt ging es gestern noch mal runter. Aber ich glaube, so langsam ist das mal durchgeschüttelt worden, was auch wirklich erforderlich war. Und es ist ja nicht so, dass Technologie niemand mehr haben will und niemand mehr braucht. Ganz im Gegenteil. Ich sage es noch mal, viele Trends, die sich verstärkt haben im letzten Jahr, die werden auch stark bleiben. Auch das sehen wir heute noch im Laufe der Sendung. Das gilt auch für einige andere Unternehmen. Der DAX kam es mal zugute, dass er wenig Technologiewerte drin hat. Das ist jetzt mal ein Vorteil, dass der DAX so technologischwach ist. Da ist ihm gestern noch glatt der Ausbruch gelangen. Über diese Wand bei 14.000 ging es nach oben raus. Es gibt aber auch gute Werte im DAX. Es werden auch nicht viele. Das sehe ich zumindest so, dass es andere anders sehen. Aber tatsächlich ist es natürlich toll, wenn der deutsche Aktienmarkt auch einen Rekordhoch macht. Es soll ja in dem Jahr auch noch aufgestockt werden. Dann werden, glaube ich, 45 Werte im DAX sich befinden. Und dann ist bestimmt auch noch ein paar Werte mehr dabei, die du auf die Watchlist zumindest setzen würdest. Wir gucken mal auf den Dow Jones. Auch da haben wir einen Rekordhoch gesehen. Du hast uns auch zwei Grafiken, können wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, mitgebracht, was diesen Vergleich von Value und Growth-Werten angeht. Genau. Der Dow Jones ist ja eigentlich auch mehr so ein Value-Index. Also Value quasi eben, sagen wir mal, Technologie und Nicht-Technologie, kann man auch so unterteilen. Es ist ja schon immer die Frage, was läuft denn jetzt besser, Wachstumsaktien oder Value-Aktien. Und hier sieht man das mal, das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt Phasen, also das Grüne ist dann immer, wenn Value besser läuft, die grünen Berge nach unten und die grauen Berge nach oben ist, wenn Growth besser läuft. Und da sieht man, dass in den Jahren so 2000 bis 2007 lief halt Value deutlich besser. Und ab 2007 eigentlich fast durchgängig mit einer kleinen Pause 2015 waren dann Wachstumsaktien, die die besser performt haben. Aber das sehen wir jetzt gleich unterm Strich. Genau. Das Grüne ist nochmal Value. Das ist der Russell 1000, also so kleinere Werte. Das Grüne ist Value. Genau, das Graue ist Wachstum. Und da sieht man, dass es zwar immer Differenzen gibt, aber am Ende ist die Performance relativ ähnlich, die Wertentwicklung. Unterm Strich ist Growth ein bisschen besser gelaufen von der Performance her als Value. Also diese extreme Bewegung jetzt, das ist tatsächlich eine Reaktion darauf, dass über eine lange Zeit lang Technologie extrem gut gelaufen ist. Und diese doch hohe Divergenz, die haben wir jetzt so ein bisschen oder doch recht deutlich abgebaut. Und ich glaube, jetzt wird das Ganze wieder parallel nach oben laufen. Das ging jetzt ja nicht über mehrere Monate. Das waren jetzt so ein paar Wochen, wenn überhaupt, die wir diese Rotation gesehen haben, diese Umkehr. Das heißt, das ist ja noch keine wirkliche Trendumkehr. Nein, nein, aber es war wirklich schon erstaunlich. Oft ist es dann so, dass dann nur noch ein Bereich läuft und der andere stagniert. Aber dass jetzt ein Bereich steigt und der andere fällt an einem Tag, das ist wirklich außerordentlich, muss man schon sagen. Schauen wir nochmal kurz für den Nasdaq quasi. Ihr habt uns auch noch eine Grafik mitgebracht. Lassen wir erstmal den Chart aufbauen und dann schauen wir auf die Grafik. Genau, da sieht man es nochmal, dass hier eben kein Rekordhoch war beim Nasdaq. Und hier sehen wir das Problem, was es gibt. Das ist jetzt nur der letzte Monat. Das sind die Zinsen der Zehnjährigen. Das hier ist die Marke von 1,6 Prozent. So kann man hier nicht malen. Okay, macht nichts. Die 1,6 Prozent hatten wir ja schon vor einigen Tagen, also vor einer guten Woche schon mal angetestet. Und jetzt sind die Zinsen aber gar nicht weiter gestiegen. Also wir bewegen uns zwar immer noch auf dem hohen Niveau, aber diese Höchstmarke da oben ist jetzt nicht wieder erreicht worden. Also von der Seite gibt es ein bisschen Entspannung, dass die Zinsen jetzt nicht durchstarten, weil es war ja auch so ein bisschen die Angst, jetzt ist ja das Konjunkturpaket praktisch durch, dass das auch Inflation und wiederum steigende Zinsen auslösen könnte. Das wird, glaube ich, eher Aktienkäufe auslösen. Und ich habe es ja gesagt, es werden auch viele Namen gekauft, glaube ich, von diesen Schecks, die die Amerikaner bekommen, die auch vorher gekauft worden sind. Also auch Technologiewerte allen voran, Apple, Tesla und so weiter. Also ich glaube, dass das tatsächlich jetzt, ich will es, man weiß es nie, ob die Korrektur beendet ist, aber auch jetzt, dass der normale Markt so stark steigt, da wird die Technologie jetzt nicht sagen, hey, wir fallen weiter. Das wird nicht funktionieren. Also es wird tatsächlich dann, und es kommt ja frisches Geld auf den Aktienmarkt, dann wieder alles steigen. Es wird ja auch vermutet, dass ein Teil dieser Corona-Hilfen, die die Amerikaner jetzt bekommen, vielleicht auch in Kryptowährungen fließen wird oder jetzt schon fließt. Sieht so aus, ja. Der Bitcoin profitiert logischerweise davon. Sieht wirklich so aus. Das ist ja wirklich ein stolzer Betrag. Ich glaube, diese Schecks machen so 500 Milliarden aus. Kann man ja ausrechnen, wenn davon 10 Prozent in den Bitcoin kommen, 50 Milliarden. Wir sind jetzt bei einer Bewertung von einer Billion. Die haben wir jetzt wieder erreicht beim Bitcoin. Das ist eine Hausnummer. Und wenn man sich hier den Chart anschaut, dann kann man schon erahnen, wie das wohl weitergeht. Also wir hatten jetzt hier im Januar diese scharfe Korrektur nochmal runter bis auf 30.000, dann den Anstieg bis 58.000, dann jetzt nochmal runter bis, ich glaube, 43.000 und wahrscheinlich geht es jetzt demnächst noch oben raus. Es ist das gleiche Spiel. Die Nachfrage steigt weiter und zwar immer so in Schümen und das Angebot bleibt konstant. Natürlich gibt es immer wieder Trader, die Gewinne mitnehmen, darum auch die starken Schwankungen. Aber unterm Strich, die langfristige Nachfrage wächst und wächst, wird auch weiter wachsen. Würdest du denn, wenn jetzt einer investieren will, was würdest du dem Anleger raten? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also man kann ein Konto aufmachen bei einer Kryptobörse oder beim Kryptohändler Bison von der Börse Stuttgart oder Bitcoin.de. Man kann auch eine Wallet machen oder man kann tatsächlich auch Zertifikate kaufen, wenn es mal wieder welche gibt. Ich weiß gar nicht, ob es gerade welche gibt. Von Tobel ist da der einzige Emittent. Da kann man den Bitcoin auch mit Hebel handeln oder Short gehen oder man kauft eben tatsächlich dieses Bitcoin ETC, Exchange Traded Commodity oder in dem Fall auch Exchange Traded Crypto, also so eine Art ETF auf den Bitcoin. Da kauft man den Bitcoin in einem Bruchteil des Bitcoin, sieht man ja auch am Kurs, 44,90 Euro kostet einer. Das ist glaube ich genau ein Tausendstel, wenn ich mich recht erinnere. Und tatsächlich wird dann dieses Investment auch mit Bitcoin hinterlegt und man kann theoretisch auch dann dieses Zertifikat eintauschen in den Bitcoin, wenn man das unbedingt möchte. Wie das denn real funktioniert, weiß ich nicht. Aber das Ganze ist, ja sicher ist nichts auf der Welt, aber es ist zumindest, ja man hat den Bitcoin hinterlegt und soweit ist das Risiko hier relativ beschränkt und man profitiert halt eins zu eins an der Bitcoin-Entwicklung. Das ist eigentlich das Schöne. Der einzige Haken ist ein bisschen Zeitprozent, Managementgebühren, ja das ist schon ganz sportlich, aber dafür hat man halt eine Möglichkeit mit seinem ganz normalen Aktiendepot den Bitcoin zu handeln. Und man sieht hier ganz schön, dass wir tatsächlich in Euro fast schon oder das Rekordhoch haben, weil ja der Euro relativ schwach war und der Dollar recht stark und der Bitcoin ja in Dollar gehandelt wird eigentlich und darum ist es für uns als Deutsche natürlich noch besser, wenn auch noch der Euro schwach wird. Jetzt schauen wir auf ein paar Einzelwerte, die du uns mitgebracht hast. Wir haben schon ein paar mal an dieser Stelle über Invisible gesprochen. Du hast auch einmal, das ist schon einige Zeit her, so ein Bild mitgebracht, wie man gesehen hat, dass die intelligente Beschilderungslösungen herstellen oder versuchen. Jetzt gab es aber auch tatsächlich aktuelle News. Genau, von heute sogar. Es gab von heute die Meldung, man hatte ja eine Partnerschaft mit Evonik schon länger und jetzt hat man das erste Produkt quasi zusammenentwickelt und zwar mit Evonik und mit EpiShine. EpiShine macht Solarzellen, die so biegbar sind auf einer Folie und Evonik macht Batterien, die auch hier in diesem Label mit drin sind. Und dieses Label ist tatsächlich intelligent und kann sich selbst mit Strom versorgen. Durch die Solarzellen kann diesen Strom speichern in der Batterie. Und das Besondere ist, dass man das komplett drucken kann. Also man kann die Batterie drucken, die kommt von Evonik, man kann das Display drucken, von Invisible und eben die zugehörigen Solarzellen von EpiShine. Und das ist natürlich eine ganz spannende Lösung und das wurde heute vorgestellt. Wo könnte das zum Einsatz kommen? Wir hatten es ja mal bei Lebensmitteln. Genau, auf Lebensmitteln, auf Paketen, zum Beispiel beim Postversand oder auf Kühlketten für Medikamente, für Krankenhäuser. Also im Prinzip sogar auf ganz normalen, auf Kellogg's-Schachteln oder auf Butterdosen. Also überall, wo man quasi irgendwas anzeigen will, Haltbarkeitsdatum etc. Und das Ganze geht dann zukünftig halt intelligent. Die Frage ist, was ein Display kostet. Das wird man dann sehen, auch vor allen Dingen, wenn dann die Massenproduktion startet. Aber das ist natürlich, man hat dann ganz andere Möglichkeiten. Man kann dann quasi als Hersteller auf seinem Produkt nachträglich noch Werbung machen, wenn man will, für neue Produkte oder Aktionen. Also es ist schon ein echter Durchbruch, weil man eben tatsächlich das drucken kann. Und ja, die Aktie reagiert auch auf die Meldung, 12% im Plus. Man sieht es ja hier, starke Schwanken habe ich jetzt, glaube ich, vor zwei Tagen schon dabei. Und da muss man eben auch mit Rücksetzern leben. Eine kleine Firma, aber das ist jetzt wirklich so eine Art Durchbruch, wirklich eine Revolution. Und jetzt muss man mal sehen, was da hinten raus tatsächlich an Produkten dann auch kommt und wie sich das dann verteilt. Aber das ist natürlich schön, dass man jetzt mit dem Partner Evonik ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, vorgestellt hat. Bevor wir gleich auf ein paar der neuen Tech-Aktien noch blicken und die Korrektur, die wir da gesehen haben, gibt es jetzt mal einen Old Economy-Wert, so einen Old School-Wert, wie du gerade meintest. Die Post hat nämlich Zahlen vorgelegt und auch einen Ausblick gegeben, Dividende angehoben. Was sagst du zum Zahlenwerk? Ja, unglaublich. Also alles rundum toll. Und die Post ist ja quasi so eine Art, wie sagt man, Twitter? Also so ein Zweifel. Man ist ja so ein bisschen, klar, man ist old school, old economy. Bei mir fährt der Postwagen auch manchmal zweimal am Tag vor und liefert Pakete ab. Aber man ist natürlich auch der große Gewinner des E-Commerce, denn die Pakete kommen nun mal aus dem Internet oder übers Internet wurden sie bestellt. Und da ist man natürlich jetzt doppelt dabei. Also eine Value-Ordung-Growth-Aktie in einer, wenn man so will. Und tatsächlich, gestern kam ja die Meldung, höhere Dividende. Man zahlt jetzt, ich muss gerade noch mal nachschauen, man zahlt 1,35. Es war nur mit 1,24 gerechnet worden. Dann kauft man Aktien zurück, was natürlich auch toll ist für eine Milliarde Euro. Und dann heute noch mal die Prognose angehoben für dieses Jahr. Man hatte ja im Januar schon mit 5,4 Milliarden operativen Gewinn gerechnet. Jetzt sollen es 5,6 Milliarden werden. Also die Post feuert aus allen Rohren. Und klar, man sagt natürlich auch, dieses Wachstum wird nicht so weitergehen, weil wir haben jetzt natürlich im E-Commerce durchs letzte Jahr schon ein recht hohes Niveau, ein hohes Paketaufkommen erreicht. Aber man erwartet auch, dass das nicht komplett wieder zurückgeht, sondern dass sich dieser Trend eben hält. Und das glaube ich ja auch. Und soweit dieser Ausbruch jetzt nach oben. Wir sind, glaube ich, ganz knapp auf dem Allzeithoch gestiegen heute. Das ist für mich eher ein Kaufsignal, dass man auch jetzt die Deutsche Post noch kaufen kann. Also für mich die zweitbeste deutsche Aktie, würde ich sagen, im Moment. Was ist die beste? Kommen wir noch. Jetzt kommen wir erst mal zu dem zweiten Wert, der auf dem Allzeithoch gestiegen ist und der auch so zwiegespalten ist. Weil natürlich eigentlich ja Old Economy auch viel, was Disney betrifft. Aber natürlich auch ganz viel Streaming etc., was ja die Tech-Branche, den Tech-Bereich betrifft. Absolut. Muss man sagen, das ist natürlich schön. Und bei Disney fokussiert man sich oft mal immer genau auf das, was gerade läuft. Also als Technologie gelaufen ist, hat man gesagt, hey, Disney ist ja ein Streaming-Anbieter, läuft ja super, das Geschäft läuft ja auch super. Und jetzt, wo Disney die Parks wahrscheinlich ab 1. April wieder aufmachen kann, zumindest zum Teil mit einer Teilauslastung, da sagt man, hey, das ist ja doch ein Wert, der von der realen Welt lebt. Das ist natürlich schön. Und die Aktie honoriert gerade diese anstehenden Parköffnungen. Das ist ja für Disney ziemlich wichtig. Die Parks machen fast 40 Prozent vom Umsatz und beim Gewinn ist es sogar über 40 Prozent. Und das war ja jetzt komplett weggebrochen. Und wenn das zurückkommt, ist klar, dass die Aktie darauf reagiert. 6 Prozent plus. Gestern neu ist Allzeithoch. Auch hier würde ich mich nicht abschrecken lassen, von einem Allzeithoch die Aktie auch auf dem Niveau zu kaufen. Machen wir weiter mit Apple. Alfred, kannst du das bitte endlich mal erklären? Was ist da los? Es geht nur noch abwärts. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht, bis auf die bisschen allgemeine Begründung. Na klar, Apple ist gut gelaufen und korrigiert eben. Aber das ist natürlich jetzt schon ordentlich. Und jetzt sind wir natürlich auch hier an der 200-Tage-Linie fast dran. Aber auch hier, wie auch für den gesamten Markt, Apple ist ja sowas wie der Gesamtmarkt, bei dem Börsenwert übrigens erstmals seit Monaten oder Wochen wieder unter die 2-Billionen-Dollar-Marke gerutscht. Jetzt auch die Aktie. Vielleicht ist das ja auch ein Kaufsignal, wer weiß. Es ist alles in Ordnung bei Apple. Es gibt überhaupt keinen Grund. Mittlerweile ist auch die Bewertung wieder recht attraktiv. KGV 26. Das gibt es im Technologiebereich mittlerweile auch sehr selten. Also ich kann mich da nur wiederholen. Auch wenn die Aktie nochmal fällt, das sind Kaufkurse. Gut, ich hoffe, damit wir das auch viel geklärt. Schauen wir auf Tesla an dieser Stelle. Auch da natürlich die Korrektur, die wir zuletzt gesehen haben. Thema. Aber du hast uns auch Zahlen, Verkaufszahlen oder Grafik zu Verkaufszahlen des vergangenen Jahres mitgebracht. Ja, das ist soweit. Man sieht natürlich, der größte Balken gehört natürlich Tesla. Das sind die verkauften Elektroautos. Wobei man sagen muss, das sind die Plug-in-Vehicle-Sales. Also da gehört alles dazu, was ein Stecker hat. Also auch Plug-in-Hybride. Und das verzerrt natürlich so ein bisschen. Für mich sind Elektroautos nur Elektroautos, die keinen Motor mehr mit an Bord haben. Aber das wird sich, glaube ich, auch nochmal durchsetzen. Das wird noch ein bisschen dauern. Also das inklusive Plug-in-Hybride ist Tesla letztes Jahr ganz klar vorn gewesen. Fast eine halbe Million. Auf Platz zwei dann Volkswagen und jetzt, danach kommt dann übrigens BYD. Jetzt heißt es ja, oder es hieß ja seit Jahren schon immer, wenn jetzt die anderen Hersteller kommen, wird Tesla es schwer haben, seinen Marktanteil zu halten. Fakt ist, wenn ich die reinen Elektroautos nehme, hat Tesla den Marktanteil im letzten Jahr sogar gesteigert auf 22 Prozent von vorher 20 Prozent. Und das wird natürlich irgendwann zurück in dieser Marktanteil, weil natürlich tatsächlich die Konkurrenz mehr auf den Markt kommt. Aber dennoch, man hätte das niemals gedacht, dass der Marktanteil noch so hoch gehalten werden kann, obwohl tatsächlich jetzt nicht nur die alten Hersteller auf dem Markt drängen, sondern eben auch viele neue Produzenten, Nio, Li, Motors, Xiaoping, die übrigens jetzt alle auch recht schwache Zahlen vorgelegt haben. Also der Elektroautomarkt wird wachsen schneller, als viele gedacht haben. Und es ist genug Platz für alle da. Und ich glaube, es wird lange dauern, wenn es überhaupt mal passiert, dass Tesla seine Marktführerschaft verliert. Mit Florian Sölle hatte ich ja Montag hier das Thema. Er hat auch eine Grafik mitgebracht, dass 2023 eventuell schon Volkswagen mehr Elektrofahrzeuge verkaufen wird. Kann so sein. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen verzerrt, weil das ist mit Plug-in-Hybriden. Das ist bei VW, glaube ich, fast die Hälfte, die man tatsächlich als Plug-in-Hybride verkauft. Und das ist für mich ein aussterbender Markt. Also ganz im Ernst, wäre ja auch nicht weiter schlimm. Also wenn der Markt groß genug ist, wir werden wahrscheinlich im Jahr 2025 schon 30 Prozent, 40 Prozent Elektroautos haben. 2030 dann, glaube ich, in Richtung 80 Prozent und 80 Prozent von 70 Millionen Autos weltweit. Da ist Platz für viele. Also da ist VW natürlich ganz vor mir dabei. Das glaube ich auch. BYD wird dann auch hoffentlich wahrscheinlich mit dabei sein. Das ist jetzt die Frage, kann man jetzt rein? Ich sage einfach mal ja. Natürlich, wir haben jetzt hier noch keinen Boden gefunden. Aber gut, das kann man hier sagen, das Hoch von damals so bei 500, da könnte es vielleicht noch hingehen. Das ist auch die 200-Tage-Linie. Aber wer die Aktie haben wollte, der hat jetzt eine gute Möglichkeit, tatsächlich über 30 Prozent unter dem Höchstkurs einzusteigen. Und Tesla hat ja schon ein paar Mal solche Korrekturen hinter sich. Man sieht es gar nicht mehr. Im März ist die Aktie über 50 Prozent gefallen. Hier waren es dann noch mal 30 Prozent. Und jetzt sind wir wieder bei, ich glaube, 35 Prozent unterm Hoch. Das sind immer ganz gute Kaufgelegenheiten. BYD hat ja auch deutlich verloren. Es gab jetzt jüngst die Verkaufszahlen für den Februar. Wie lief es denn da? Schlecht. Also wirklich, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, im Februar hat man tatsächlich nur, ich rechne bei BYD immer nur die Elektroautos. Man macht ja auch noch ungefähr die Hälfte der Fahrzeuge mit Verbrenner, aber ich nehme die reinen Elektroautos. Das waren nur gut 10.000 Stück im Februar. Das war zwar im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr muss man sich erinnern, Februar war ja Pandemie in China. Da war es eine Verdopplung. Aber im Vergleich zum Januar, da waren es noch 20.000 Autos, eine Halbierung. Klar, Februar ist immer ein bisschen schwierig. Kurzer Monat, dann noch das Neujahrsfest. Da fehlen wieder jede Menge Tage. Insoweit ist das nicht so maßgeblich. Aber jetzt hat man 30.000 Autos verkauft in zwei Monaten. Und das Ziel für dieses Jahr sind 400.000. Das heißt, es fehlen noch 370.000. Wir haben noch zehn Monate. Das macht 37.000 pro Monat. Und jetzt haben wir zehn im Februar gehabt. Und 20 im Januar, das ist schon ambitioniert. Aber man hat ja auch einige neue Modelle, die auf den Markt kommen. Und die Nachfrage insgesamt wächst ja und BYD expandiert ja auch in andere Länder. In Australien ist man schon. Und wahrscheinlich kommt man auch bald nach Europa. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Aber dieser Kursrutsch liegt das nicht an den Verkaufszahlen. Die Monatszahlen sind jetzt nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist, dass man dann im Jahr gute Zahlen liefert. Das ist natürlich hauptsächlich nochmal eine technische Reaktion auf den Anstieg. Aber hier sieht man eigentlich ganz schön, hier hat man tatsächlich eine gute Unterstützung in dem Bereich, wo wir uns jetzt gerade so aufhalten. und das glaube ich, dass wir hier den Höhepunkt der Korrektur und den Tiefpunkt der Kurse gesehen haben. Also da gilt selbeiges wie Tesla. Wenn man immer schon dabei sein wollte, hat man jetzt eine gute Glück. Ja, ich habe es auch da gesagt, man kann die Aktie kaufen bei 28. Aber gut, es kann natürlich keiner ahnen, wann die Korrektur kommt, wie stark sie wird. Das weiß ich auch jetzt nicht. Aber eins kann man, glaube ich, relativ sicher sagen, dass es irgendwann vorbei sein wird. Wechseln wir mal zur Solarbranche, beziehungsweise zu Knoten in den Zungen, Schengli, Solar. Warum fällt dir diese Aktie so stark? Ja, es sind alle Solaraktien eigentlich recht deutlich gefallen. Die ganze Branche hat ja auch einen massiven Anstieg hinter sich und jetzt eben eine entsprechend starke Konsolidierung oder besser gesagt Korrekturphase. Ja, wir waren bei 2,40 Euro und jetzt sind wir bei 1,40. Also 30, 40 Prozent haben wirklich viele Werte verloren. Das hat jetzt gar keine besonderen Gründe. Im Gegenteil bei Xenji, das ist ja der größte Solarglashersteller, läuft alles bestens. Es gab jetzt sogar zwei Kaufempfehlungen von die Credit Suisse, sagt Kaufen, Kursziel 2,37 Euro. Und JP Morgan sagt sogar 2,58 Euro. Also da sind wir dann sogar über dem alten Rekord hoch. Also alles ist gut und auch hier gilt vom Chart eigentlich perfekt, diese Rücksetzer. 200-Tage-Linie auch noch. Also ich glaube, einen besseren Kaufzeitpunkt gibt es eigentlich gar nicht als heute oder morgen. Ich versuche es mir zu merken. 1,40, 1,41. Ich werde dich nochmal darauf ansprechen bei Gelegenheit. Wenn wir dann höher stehen, kannst du sagen, ich habe es ja gesagt. Vielleicht dauert es ein paar Jahre. Nee, ich glaube schon, dass das doch Züge geht. Weil die Solarbranche wird in diesem Jahr eines der größten Themen sein. Und auch natürlich an der Börse. Das Wachstum wird enorm sein. Noch besser wahrscheinlich als im letzten Jahr. Und ja, dieses Rausschütteln, Durchschütteln ist eigentlich rückwirkend immer ganz gut, weil dann auch mal der Markt quasi sauber wird. Sauber, ja. Danke für die Überleitung. Das ist auch eine Zukunftsindex von dir aufgelegt quasi. Also du hast mit entschieden, was sich da drin befindet. Das ist der zweite. Es gab ja den ersten. Da war halt US-Werte teilweise mit drin, die nicht überall handelbar sind. Das hatten wir ja schon öfter. Aber der ist eigentlich für jedermann handelbar. Den kann jeder kaufen. Auch die Leute, die bei Consos sind. Da geht es nämlich nicht mit den US-Werten. Der Index selber hat auch so 30 Prozent ungefähr an Wert verloren. Das hier ist ein Zertifikat auf den Index. Das hat sich ja in der Spitze halbiert. Also von 10. Wir waren fast bei 5. Jetzt sind wir wieder etwas drüber. Das liegt daran, weil das hat eben einen Hebel. Der ist im Moment so bei 1,8. Das heißt, das Zertifikat entwickelt sich 80 Prozent stärker in beide Richtungen als der Index selbst. Insoweit ein bisschen spekulativer. Aber man hat natürlich dafür auch sieben verschiedene Aktien. Darunter sind vier Solarwerte. Dann noch die Vestas, die BWD und Samsung SDI als Batteriespeicheraktien. Eine spannende Sache. Und ich glaube, auch jetzt eine ganz gute Gelegenheit. Auch hier habe ich zu höheren Kursen schon gesagt, man kann kaufen. Aber jetzt haben wir die Korrektur, glaube ich, zu 90 Prozent hinter uns. Dann macht das wirklich Sinn, jetzt in das Segment zu investieren, was in diesem Jahr eines der ganz großen Themen sein wird. Denn es wird zwei große Disruptionen geben in diesem Jahr. Das ist einmal die der Energiebranche und wahrscheinlich auch die der Finanzbranche. Wir erinnern uns mal ein paar Minuten zurück, als wir bei der Deutschen Post waren und du gesagt hast, das ist dein zweitliebste deutsche Aktie. Es fehlt nur noch eine heute. Eine hast du nur noch dabei. Also muss es Vata sein. Du hast ja auch versprochen oder angedroht, je nachdem, ob man was sehen will. Du hast sie jetzt immer dabei, bis wir bei 200 Euro stehen. Habe ich jetzt fast vergessen. Heute habe ich das wieder eingefallen. Außerdem, Vata hat etwas ganz Besonderes gezeigt, nämlich Stärke. Das ist man ja gar nicht gewohnt von der Aktie. Sie ist jetzt in den ganzen Turbulenzen der letzten Tage gar nicht großartig mehr gefallen. Und wir waren, glaube ich, noch mal bei 106 oder so. Aber jetzt, es ging ja teilweise wirklich doch ordentlich nach unten. Und Vata kann man ja auch zu Technologiewerten mit dazuzählen. Batterien sind ja Technologie. Aber vielleicht ist auch so ein bisschen der Hintergrund, dass man Vata auch sieht als Old Economy-Wert, weil man macht ja eben auch Geschäfte mit Haushaltsbatterien, mit normalen, in Anführungszeichen, Batterien, eben nicht nur mit diesen Mikrobatterien für die Kopfhörer. Und was viele auch vergessen, man hat ja auch noch ein weiteres Standbein, nämlich die Solarspeicher, die großen Speicherlösungen. Und das ist ein Markt, der noch zwar relativ klein ist, aber der unheimlich stark wächst. Und auch da ist viel Fantasie drin. Also diese relative Stärke ist wirklich beeindruckend. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist, ob die sich dann auf dem Weg nach oben zeigt. Auf jeden Fall, für mich sind alle Kurse unter 150 Kaufkurse. Und wenn sie auch noch unter 110 sind, umso besser. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen abwarten. Und dann glaube ich, werden wir uns irgendwann auch wieder bei höheren Kursen hier wiedersehen. Gut. Aber du bist unterdessen ja auch. Also selbst wenn wir noch unter den Kursen sind. Ja, das ist aber schon mal auch nicht schlecht, wenn Aktien im schwachen Umfeld nicht fallen. Ist doch auch gut. Natürlich ist es schöner, wenn sie im guten Umfeld auch steigen. Aber das werden wir dann ja sehen. Gut, das war es für heute. Dankeschön, Alfred. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Liebe Zuschauer, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.